Na Lukas, wie geht's? Bestens. Sehr gut geschlafen. Ein bisschen Feuchtpass, aber nützt ja nichts. Auf unserem kleinen Platz hier. Dieses weiße Haus im Hintergrund sieht aus wie bei Pipi Langstrumpf. Wobei wir ja in Norwegen sind. Na Holger? Ja, wir sind in Norwegen. Ja, wir sind in Norwegen. Ja, wir sind in Norwegen. Also der Ankunftspunkt von gestern und wo wir heute starten wird ein Komoot Highlight. Also geht auf den Link in die Collection. Das Highlight ist das Nudistencamp. Also so nette Leute. Unglaublich nett. Und man ist hier ganz alleine. Also wir haben gestern mit denen gesprochen. Maximal 20 Leute, die hier mal so auftauchen. Gestern waren wir jetzt hier acht Leute, die hier waren. Das verläuft sich auch alles. Ja, da seht ihr. Der See und das Haus direkt dran und überhaupt und Sauna am See und alles crazy. Zum Tag. Der Plan ist 150 Kilometer nach Oslo zu fahren. Das ist ja irgendwie fast halbzeit unserer Tour, obwohl es nur der dritte Tag ist. Also Oslo unser Ziel heute. Lassen wir uns überraschen, was diese Stadt für uns zu bieten hat. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sind das Würstchen auf Waffeln? Eiskaffee. Ich trinke Eiskaffee. Das ist viel besser als Kaffee. Frühstück der Champions. Würdest du das bitte in die Kamera zeigen? Zeige sie. Nein, nein, nein. Die werden uns haten. Das ist mir egal. Das ist mir jetzt völlig egal. Weil wir sterben. Wir müssen essen. Das sieht echt nicht gesund aus, André. Oh, mhm. Wenn ich Handschuhe anziehe, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Und was will er uns damit wohl sagen? Dass ich noch keine Handschuhe anhatte. Und dass ich jetzt mit Handschuhen anfange am dritten Tag. Rock'n'Roll. Und falls ihr euch fragt, die zu Food Pouches, die wir hier alle haben, wofür die eigentlich richtig gut sind, und der André wird euch das zeigen, wofür Food Pouches da sind. Und wenn ihr euch fragt, dann könnt 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 ihr euch fragt, Holy shit. Jetzt muss ich runter gucken, die Arbeit packt mich auch ein. Je weiter wir nach Oslo rankamen, umso weniger wurde es natürlich tiefe Natur und umso mehr haben wir da gesehen von der grandiosen norwegischen Verkehrsinfrastruktur. Das Ganze war ein Sonntag, die Leute kamen zurück von den Stränden und aus der Natur und die Straßen waren voll mit Radfahrern, aber auch mit Autos, aber das hat uns null gestört, weil auch da wieder im Umland von Oslo die Radwegführung so war, dass wir nicht einmal anhalten mussten. Wir wurden über Straßen, unter Straßen mitunter Führungen geführt, Radwege waren doppelt spurig. Ich kann mich erinnern, dass das erste Mal, dass wir wirklich anhalten mussten fast in Downtown Oslo war und das war eine kleine Ampel. Auf jeden Fall ins deiner André, ist klar? Kann es sein, dass du den dritten Tag in Folge einen Hawaii-Hand trägst? Ja, und das werde ich tatsächlich auch morgen und übermorgen wahrscheinlich auch noch tragen, weil es einfach Urlaubsflair ist. Urlaubsflair. Es flattert auch nach hinten sehr schön. Sehr gut. Ansonsten das Setup sitzt. Alles perfekt. Keine Probleme. André, Setup hier. Setup mäßig glaube ich, hält auch alles ziemlich gut. Spannende Musik Spannende Musik Holger! Holger hat sich verändert. There he comes. Jetzt drauf. Darauf habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Am Oslo Fjord. nur noch so 20 und dann sind wir in oslo einfach jede andere stadtdurchfahrung die ich mache und es ist egal ob das in den usa ist oder in deutschland oder in anderen ländern dauert normalerweise relativ lange weil man irgendwo anhalten muss an ampeln oder an bord stein oder auf autofahrer warten nicht so in oslo sind wir nach oslo rein das war natürlich der totale kulturschock wenn man so die ganze zeit im nichts fahrrad fährt und dann in eine großstadt kommt da sieht man schon da will ich hier war natürlich super schön auch die stadt mal zu sehen das ist auch mal was ganz anderes oslo ist eine schöne stadt dritter tag drei länder dänemark schweden norwegen und schon sind wir in oslo unser nördlichster punkt morgen geht es nach süden und eins ist mal ganz klar diese infrastruktur mit den straßen wir haben gerade als wir hier angekommen gesagt dass wir haben an einer ampel gestanden seitdem wir in göteburg losgefahren sind in schweden das ist ziemlich krass hier stehen wir an der oper und jetzt gehen wir zur feier aufs operndach rauf denn auf die oper in oslo kann man aufs dach steigen also müssen wir machen und ich glaube für uns als bikepacker war das schon ziemlich besonders dass wir unsere räder eben gerade mit hoch konnten die diese opens die für die wir so begeistert sind und die uns bis nach oslo getragen haben die mit dem ganzen gepäck auch auf die oper zu nehmen und dort oben gemeinsam zu stehen am nördlichen scheitel punkt unserer route und das mit unserem vollen equipment großartig das war der scheitel punkt nicht nur geografisch sondern das war halt dann auch der scheitel punkt der reise wo wir wussten jetzt haben wir es geschafft jetzt haben wir die hälfte geschafft ja wird so was machen von der brücke die kinder davon dieser brücke springen in diesem fjord rhein mache ich auch hat kein anderer als erwachsener gemacht aber ich mache mich dann gerne zum affen und war auch richtig cool das denn ins wasser gesprungen ist fand ich tatsächlich mutig da es doch sehr kalt sein sollte und wir dann ja auch noch essen gehen wollten da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen ausgekühlt gar nicht so kalt wie ich dachte die 15 grad man macht nicht vorher mal den finger ins wasser wie kalt es ist oder macht sich so ein bisschen das also man soll also liebe leute na klar soll man das herz ein bisschen anwärmen und so dass es nicht ein schock ist werden viele leute sagen die unvernünftig aber viele dinge im leben sind unvernünftig ich musste das machen ich hatte meine rest rettungsschwimmer ja draußen stehen die 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 mich hoffentlich hätten gerettet wir haben auch wieder einen schönen campingplatz auf einem richtigen hügel bekommen und das war auf jeden fall die krasseste steigung direkt am abend nachdem wir an der oper waren und eine pizza gegessen hatten dann noch mal so eine schöne jenseits der 20 prozent steigerung zu haben bis zum campingplatz bis zum abend nachdem Arter kämpft. Der Ausblick. Aber cool. Das war gelben Brett. Das war wirklich das krasseste. Die schnellste Straße Oslo. Da oben der schönste Ausblick. Schönster Sonnenuntergang der Tour, würde ich mal sagen. Das war wirklich krass. Die Lichter waren einfach der Hammer. Was für eine Reise. Alles findet ihr auf Komoot. Könnt ihr gerne nachfahren. Wir werden auch viele Streckenbeschreibungen machen. Viele Fotos findet ihr da jetzt schon. Aber eine ganz wichtige Sache, die muss ich hier loswerden. Wir fahren Gravelbikes zum Spaß. Wir haben die Reise unseres Lebens. Unheimlich cool. Aber viele Leute haben einfach gar kein Fahrrad. Schon gar nicht zum Spaß. Die würden gerne ein Fahrrad haben, um zur Schule zu kommen. Um ein Arzt zu sein und Patienten zu besuchen. Viele Sachen, wofür die ein Fahrrad brauchen. Handwerker, die haben kein Fahrrad. Und deswegen gibt es diese Organisation. World Bicycle Relief. Und wir machen die Tour, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich lade euch jetzt hier mit ein. Hört euch oder schaut euch sogar den Podcast an, den wir mit World Bicycle Relief und Holger gemacht haben. Von der Weltbank zu dem Thema. Hört es euch an. Schaut es euch an. Und dann trefft ihr eure eigenen Entscheidungen, ob ihr vielleicht euch an dieser Spendenaktion beteiligen wollt. Während ich in diese Kamera spreche, zu dem Zeitpunkt, haben wir dank euch 60.000 Euro eingenommen. Das ist krass. Macht das noch krasser. Das ist unser Herzenswunsch. Gute Nacht. André, was ist los? Es ist zu steil. Das habe ich von dir noch nie gehört. Sag das nochmal. Es war zu steil. Es war zu steil für André. André, lass rollen. Setz dich drauf und lass rollen. Dann rollen. Dann rollst du bis ins… Adi das Samba, kann man? Adi da. Ich lasse mich hier gerade von einem Fahrer auf einen Brompen verkloppen. Kann ja auch nicht sein, oder? In den Kommentaren unten. Ich habe gestern Abend so richtig gebongt. Das ist der englische Begriff für alle. Zehn Kilometer vor dem Ziel konnte ich nur noch mit 16 Stundenkilometern fahren. Komplett alle. Da war nichts mehr zu wollen. Und als wir dann gestern Abend beim Pizza essen saßen, kriegte ich sogar noch den einen oder anderen Krampf. Ich habe da eine Theorie und vielleicht weiß das ja einer von euch, der vielleicht ein Mediziner oder ein Ernährungswissenschaftler. Ich habe mal gehört, Lakritze spült Kalium aus dem Körper. Und ich habe mir gestern so eine ganze große Tüte, Haribo, Riesen, Matador, Techer, reingetan. Habe ich mir gestern den Mineralhaushalt zerschossen mit Lakritze. Wenn ihr darüber was wisst, ob Lakritze vielleicht schädlich ist oder ob Lakritze Leistung unternimmt, lasst es mich wissen. Und wenn Lakritze nicht geht, welches Haribo-Produkt nehme ich dann? Ich nehme ja Katjes. Das ist sehr högl. Es wird nicht spülen dann. Richtig, brutal, heiß. Ja, wir sind in Lawik, aber das macht uns vielleicht ein bisschen Sorgen. Ja, wir sind in Lawik.